Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal wieder die Degusterbox, seit langem mal wieder. Und ich bin sehr gespannt, was ihr sagt. Ich muss ja ehrlicherweise zugeben, dass ich schon so ein paar Produkte gesehen habe auf Instagram. Da gibt es die Degusterbox nämlich auch. Beziehungsweise ein Profil der Degusterbox. Da könnt ihr auch ab und zu coole Sachen gewinnen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr da gerne mal vorbeischauen. Und wir packen jetzt gemeinsam die Box aus und probieren uns dadurch. Und ich wünsche euch dabei ganz, ganz viel Spaß. Habe ich die schon... Oh, das sieht aber lecker aus. Oh Gott, ich habe schon einen Blick reingekommen. Aber ich flippe gleich komplett aus, ich sage es euch. Aber ja, ich greife ganz schnell rein. Und das erste Produkt, was ich sehe, und das war wirklich das erste. Und ich bin ja ein USA-Fan, Deluxe. Ich muss auch sagen, ich vermisse sehr die USA. Und das erinnert mich ganz stark an ein amerikanisches Produkt. Das ist jetzt, wie heißt das? Fluff, okay, Fluff. Und zwar, das ist ein Strawberry Flavor und Marshmallow. Und ich würde sagen, das probieren wir jetzt gleich. Das ist so ein, weiß nicht, so eine weiße Creme. Wenn ich es denn aufkriege... Uh, ich kann es gar nicht erwarten. Schaumzuckercreme mit Apple-Geschmack aus allerwissen Zutaten. Original aus den USA, okay. Und es quillt hier schon raus. Okay, wow, das ist sehr süß. Okay, so macht man das nicht. Egal, esse ja eh nur ich. Das quillt immer weiter raus. Also es ist ein Brotaufstrich. Ich glaube, ich würde es jetzt nicht aufs Brot essen, sondern einfach so. Oder als Tortencreme oder so verwenden. Mmh, lecker. Man kann das auch in kalte Milch oder warme Milch oder zur Abrundung von Obstsalat tun. Also in Obstsalat tue ich es nicht rein, weil entweder so oder so. Aber geiles Produkt, das ist jetzt schon der Favorit. Es kann nichts Besseres kommen als das. Äh, ja. Dann machen wir weiter. Okay, vielleicht kann doch. Ähm, liebe ich. Also ich liebe dunkle Schokolade. Zartbitter ist, finde ich, das Beste. Und hier haben wir von Alpro ein Dessert. Und das ist lecker. Da freue ich mich wahnsinnig drauf. Super gut. Und das sind eben Soja-Desserts. Ich trinke auch ganz viel eher Sojamilch oder Hafermilch oder so. Von daher super, super lecker. Freue ich mich drauf. Ist natürlich trotzdem Zucker und alles drin. Aber es ist eben auch, finde ich, leichter verträglich, wenn kein Laktose drin ist. Dann habe, das kostet übrigens 2,19 Euro. Und die Fluffycreme 2,79 Euro. Soja, ganz toll. Also das wird, ich sehe schon, das ist eine meiner Favoriten Degusta-Boxen jetzt schon. Werthas Original Soft Caramel. Geil. Das sind die Blombenzieher, gell? Das sind die Bonbons, die immer in 910 kleben. Hat das jetzt jemand verschwanden? Das war schon extrem frängisch. Okay, das gebe ich zu. Das ist das, was immer zwischen den Zähnen hängt und nicht mehr rausgeht. 1,89 Euro Original Soft Caramel. Lecker und geil. Dann gibt es ein Woscht. Ein bisschen ein Wischler. Gell? So schaut es aus. Voll ein Alnatura. 95 Cent. Das ist ein Geflügelsnack. Finde ich auch ganz gut. Ich esse ja Fleisch und Wurscht. Ab und zu zumindest noch. Für zwischendurch sehr, sehr gut. Oh, dann haben wir einen Tee. Und zwar Birne-Granat-Apfel. Das ist auch eine sehr, sehr schöne Kombi. Und da gibt es jetzt Waldmeister, Birne-Granat-Apfel, Ingwer-Apfel. Sehr schön. Und ich habe jetzt, wie gesagt, Birne-Granat-Apfel. Freue ich mich drauf. Gerade jetzt im Sommer. Früchte, die kalt. Perfekt. Man braucht keine Limo. Es ist ja eh so, dass man sagt, okay, man dringt durch dieses ganze Postfahrt. So heißt es, glaube ich. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Scheiß. Dass da eben, wenn man zum Beispiel Coke Zero oder so trinkt, dann suggeriert man dem Körper, okay, es kommt Zucker. Aber es kommt kein Zucker. Somit hat man noch mehr Heißhunger. Diese Creme, die quillt weiter raus. Übrigens, das steht da. Deswegen muss ich jetzt darüber gucken. Jedenfalls suggeriert man im Körper, okay, durch diese Leitprodukte, es kommt Zucker. Es kommt aber keiner. Somit hat man noch mehr Hunger drauf. Egal. Wollte ich euch nur ganz nebenbei erzählen, wenn ihr es nicht eh schon wusstet. Golden Oreo. Super cool auch das. Das ist eine Komposition aus Weizenkeks und Vanillecreme-Füllung. Lecker. Freue ich mich auch drauf. Ah, die sind lecker von Nature Valley. Die hatte ich mir zwischendrin auch mal gekauft. Wer meinen Rewe-Foodroll, glaube ich, angeschaut hat, der weiß, dass ich mir die gekauft habe. Die sind sehr gut. Ich mag die Nature Valley. Und die sind eben die Proteinriegel. Die kenne ich und kann die sehr, sehr empfehlen. Es ist auch noch einer drin. Und zwar der Canadian Marple Syrup. Den kenne ich auch schon. Sehr gut. Also ich mag sie gern. Jeweils 69 und 99 Cent. Was ist denn das geiles? Lakritz-Konfekt Schulkreide von Red Band. So sieht das aus. Und ich liebe Lakritz. Also es ist auch wieder ein Volltreffer für 99 Cent. Schulkreide mit köstlichem Lakritz-Kern. Wahnsinn, wie voll diese Box ist. Ah, hier haben wir noch eine Nature Valley. Und zwar Oats & Berries. Und den kenne ich auch schon. Also die sind alle super lecker. Dann haben wir hier ein Sex on the Beach. Sowas ist immer nicht so meins. Diese fertig gemischten Drinks. Allgemein brauche ich ja jetzt irgendwie Wodka und so. Ist überhaupt nicht mein Ding. Und das ist jetzt so ein Fertig-Drink. Der kostet 2,99 von Short Blast. Aber wenn man mal schnell eine Party organisiert, sicherlich nicht verkehrt. Wir haben Hafer-Cookies. Schogetten. Das ist auch so. Habe ich glaube ich schon mal gesagt. Durch diese kleinen Stücke isst man automatisch, finde ich persönlich, mehr. Aber sehr leckere Schokolade für 99 Cent. Und was haben wir denn da drin? Ein Trinkzauber-Orange, zuckerfrei, Tefe. Das sieht aus wie so ein kleines Duschgel. Was ist denn da drin? Ach, das ist so ein Konzentrat. Da tut man quasi sein Wasser so ein bisschen aufpeppen damit. Und ich habe jetzt wie gesagt, Orange, zuckerfrei, einmal drücken pro Glas. Das kostet 2,95 Euro. Mit unserem Trinkzauber-Squeezer können Kids und Eltern ihre Getränke einfach selbst kreieren. Reicht für bis zu 30 Gläser. Gesunder Durstlösche einmal drücken reicht. So, last but not least. Haben wir auch wieder hier dabei, A Klaus Dala Alkoholfrei. Und das ist auch alkoholfrei. Naturtrüb und Originale. So. Sieht das Ganze aus. Und das kostet, wo habe ich jetzt meinen Zettel hin gelegt? Wunderschöne, ich werde alt. Für 3,99 Euro das Sixer-Pack. Bier ist immer gut. Das sage ich ja immer für Besuch, weil ich persönlich dringend mit Bier aufgewiesen. Und ein Goodie haben wir noch für Curry-Soße. 0% Fat & Sugar Wundersoße nennt sich das. Das war auch schon mal drin in der Degusta-Box. Das ist ein kleines Geschenk. Dazu vielen, vielen Dank. Und das war die Degusta-Box. Und das war eine Hammer, 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 geile Degusta-Box, muss ich sagen. Gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Und wie gesagt, meine Creme quillt weiter. Und das war die Degusta-Box, die Degusta-Box fand ich. Und ja, dann freue ich mich auf jeden Fall von euch zu lesen. Danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Tschüss!